Ich freue mich, dass ich auch Sie im Namen des Informationsstages nochmal begrüßen habe und möchte mich hier an der Stelle vor Ort bedanken bei all den Menschen, die Mitgliedsläger und die Mitgliedsläger anzuschreiben. Ich möchte jetzt auch noch mal die Ansprache nehmen, alle Damen und Herren, das ist der Denkstück, die Flanken, die nach, möchte ich Ihnen nur noch etwas auf den Weg geben, was sich für mich einfach traurig stellt. Ein Gedenkmal oder generell für Anstand und diese sind Menschen, die diese Thematik berührt, Menschen, die diese sind, das haben wir gar nicht erkannt und die jetzt etwas umwirken, damit es sich endlich wiederholen kann. Viel wichtiger wird jetzt aber Menschen, die Leute nicht hier sind, Menschen, die immer über Hass, Atmenrein oder sogar die Feiglichkeit, die über den Schild Menschen und die Gefühle und Emotionen, die hier in dieser Assoziierung bestanden, mitbekommen. Man muss diesen Menschen in die Auge hören und zeigen, was er sich in der Geschichte gelehrt hat. Deswegen möchte ich Ihnen fragen, dass die Menschen hier eine Gemeinschaft werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.